Hallo liebe Zuschauer, wir sind hier in Dunen und wünschen euch einen schönen ersten Advent aus in Dunen. Hier ist nichts mehr so vieles, weil das Wetter ist auch nicht gut. Ich mache noch ein Update hier in Dunen hier. Vor Weihnachtszeit, spärlicher Weihnachtsmug in Dunen, einen beleuchteten Weihnachtsbaum konnten wir nirgendwo entdecken. Schauen Sie selbst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Selbst hier auf dem Dorfplatz erinnert nicht an die Adventzeit. Das Hotel Istrand Perli hat hier für die smachvolle Weihnachtsbeleutung gesorgt. Schön, ne? Schön, ne? Hier im Bild die in Bau gefindliche gläserne Brücke, die das Neuwilbü Hotel mit dem Hotel Stand Fairly für binden. Ich habe die LB, grau in grau, November better, eben. Ich habe die LB, grau in. Ich habe die LB, grau in. Bis zum nächsten Mal.